Ich schätze, es geht voran. Trauer überlagert das Gefühl des Triumphes. Trauer über das, was mit Musa, Garnet, Elm, DeSola, Reavers und George geschah. War das schon alles? Haben wir Quarantan tatsächlich erobert? Ein Teil von mir sehnt sich bereits nach dem nächsten Angriff der Deutschen. Mein Vater erzählte mir immer, dass es die gespenstische Stille nach einem Gefecht war, die ihm am meisten Angst eingejagt hat. Jetzt weiß ich, was er damit meinte. Wir wissen nicht, woher sie kommen und ob sie überhaupt kommen werden. Deshalb bin ich auch dafür, dass wir den Champagner aufmachen. Und woher holen wir uns den Champagner, Obi? Legget hat eine Granate in den einzigen Schnapsladen geworfen. Oh Mann, musste der denn... Obriski! Von wo zur Hölle kam der Schuss? Von weit weg! Hat ihn erwischt, bevor der Knall kam. Corian und McCreery sind noch draußen. Komm mit, Sanovic! Die Krauts sind im Anmarsch! Bewegung! Bin schon dabei! Jawohl! Zuvor! Corian! Bewegung! Darüber! Wir haben's gemacht! Deutsche! Okay, verstanden! Sie nehmen die Hauptsparte! Runtersack! Feuer! Feuer! Vorsicht! Deutsche! Ich hab einen erwischt! Wilco, da drüben! Im Westen! Die schlachten uns ab! Da sind sie! Da sind sie! Faker! One time! Der ist der Leidig! Oh, Mist! Red! Los, los, los! Faker! Aus! Vernaut! Vernaut! Die kapierer von überall! Porcher's Arch! Die kapierer von überall! Die kapierer von überall! Noch mehr! Von denen! Ja! Den hab ich! Der ist der Leidig! Wir verhalten alle! Die kapierer von überall! Oh Gott! Red, rüber zu dieser Position! Ich bin schon dabei! Los, schnell! Ihr habt's gehört, Bewegung! Noch mehr Deutsche! Weiter, runter! Da drüben sind noch mehr Deutsche. Da lang, im Laufschritt! Nach da drüben! Los! Schon dabei! Noch mehr Deutsche! Ja, ich bin getroffen! McQuarrie! Den ist der Nullicht! Die Deutschen! Mehr! Mehr Deutsche! Nichts, da sind noch mehr! Ich hab einen für die Gewicht! Feuer! Los! Los! Weiter feuern! Okay! Kick auf sechs! Meldung machen! Over! Was? Die Deutschen schicken Panzer? Bestätigen Sie! Wie viele? Over! Mist! Es sind zwei Panzer in der Nähe! Wir müssen los, Sarge! Panzer! Die Krauts wollen die Stadt anscheinend mit allen Mitteln zurückerobern! Beta! Geh sofort nach unten! Vorsicht! Los geht's! Runter! Vorsicht! Hier ist der los, Sarge! Hier ist der los! Los geht's! Los geht's! Das ist doch mehr! Was ist das? Die sind da festgenagelt. Die ist ein Baum. Kein ausgeschaltet. Noch mehr Deutsche. Der ist erledigt. Da drüben sind noch mehr Deutsche. Oh Mist. Das ist ein Baum. Ihn hab ich erwischt. Verstanden. Die Deutsche. Deutsche. Ich hab einen erwischt. Die sind da festgenagelt. Mehr von ihnen sehe ich nicht. Wir schaffen das schon. Mach's weiter. Wo hat Obriski die verdammte Bazooka gelassen? Die ist auch an der Nordseite. Dann sollten wir so schnell wie möglich dorthin. Die sind da. Die sind da. Ich hab's erwischt. Runters Arsch. Wir werden alle schlagen. Die Deutschen! Der ist erledigt! 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 Der ist erledigt!